Ja, ein anderes Thema dieser Ratssitzung ist ein Antrag der Linken für ein Sozialticket in Düsseldorf für 10 Euro. Das werden wir ablehnen, weil es gar nicht geht. Wir können in Düsseldorf kein Ticket einführen. Wir sind im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Da haben Grüne aber schon seit zwei Jahren sehr massiv gearbeitet für ein verbundweites Ticket für Sozialhilfeempfänger, für Hartz-IV-Bezieher, für Wohngeldberechtigte, also auch die Geringverdiener. Das war zweimal kurz vor dem Entscheid, ist dann von Verkehrsunternehmen blockiert worden. In der letzten Woche hat es ein Schlichtungsgespräch gegeben, an dem ich auch teilgenommen habe. Das Ergebnis ist, das Sozialticket kommt zum 1.11. für 29,90 Euro in der Preisstufe A und das erste Mal befristet bis Ende 2012. Das wird dann evaluiert und wir hoffen auf eine Fortsetzung und dass das endlich ein Erfolg wird, den wir kümmern und durchgesetzt haben.